hallo mal wieder heute zeige ich euch wie ihr auf einem kunab nas time machine backup aktivieren könnt zunächst öffnen wir unseren browser gehen auf die website von nun auf die sr gibt die ip-adresse von unserem system ein in meinem fall hat er auch gleichzeitig schon den namen gandalf genau wir sind dann angewiesen auf der benutzer oberfläche können uns dann anmelden geben unsere zugangsdaten ein in dem fall admin zugangsdaten normalfall admin und das jeweilige kennwort den auf anmeldung dann lädt kurz die benutzer oberfläche dann haben wir verschiedene apps sollte sollten die apps hier nicht angezeigt werden kann man sie sich hier noch mal anzeigen in dem panel an der seite wir benötigen in dem fall sicherungsmanager später die beta heißt dann hyper backup beta aber im aktuellen fall heißt das sicherungsmanager da gehen wir einmal drauf sehen die time machine backup startmäßig ist ein machine backup deaktiviert und deaktivieren wir einfach time machine backup zusätzlich können wir die maximale kapazität angeben was an backups draufgeschrieben werden darf in dem fall wenn man jetzt nas hat je nachdem wie viel geräte man später backupen will sollte man schon eine grenze rein machen aber im normalfall kann man das wo ich auch nur lassen in meinem fall setzt sich jetzt auch 500 gigabyte in dem fall wir sehen hier hier ich habe knapp 120 gigabyte ssd und immer wenn es mal änderung gibt dann wächst das vielleicht mal auf 120 oder 30 an es wird einmal ein code backup gemacht und danach immer nur die änderungen werden draufgeschrieben genau so dann geben wir noch ein test kennwort ein bzw halt allgemeinen kennwort was wir dann noch hinterlegen können wichtig ist wenn wir uns merken time machine ist der benutzer name genau so die wärme übernehmen so einmal erstellt zusätzlich wird später je nach der anzahl von geräten dann hier die ganzen backups aufgelistet so genau das war die einrichtung von time machine auf einem kunab nas beziehungsweise die bereitstellung von dem time machine dienst die teil machine backup einrichtung am mac folgt in einem anderen video vielen dank fürs zusehen bei fragen einfach unten in die kommentare und dann daumen hoch würde ich mich auch voll perfekt dacke